So. Kann man aber dicht machen. Oh, das Loch ist weg. Na komm, sag mal. Hier sind noch deine Sachen. Damit sollten wir eigentlich auskommen. Testosteron rein saufen und Speed für abhauen. Ne? Aber noch nicht saufen. Komm, wir gehen erst. Ja, warte kurz. Ich brauch noch ein paar Baublöcke. Ach so, hast du. Ach, kriegen wir da genug. Ja, kannst du, kannst du nicht abschlacken. Einfach hier runter und fertig. Ja, obwohl, warte mal, ich lass die Wrench noch hier. Die hab ich noch im Inventar. Wie ist das Testosteron? Äh, ist strange. Stärke. Nicht, nicht noch nie. Saufen. Hä? Sauf doch noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Wrench, drei Minuten. Und das andere auch drei Minuten Speed. Ding. Jetzt hab ich den scheiß Raster auf dem Boden. Mein Schwert geht fast kaputt, ne? Hi. Boah, zweieinhalb, fast drei Minuten, what the fuck. Ja, ich weiß. Hörst du schon weiter? Ne, ich warte auf dich. Ich hab noch ein gutes Schwert hier unten, ne? Oder an dem Eisenschwert. Weiß ich gar nicht. Ich hab noch eins. Ja. Häng das mit. Komm. Gau, 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 gau. Hä? Komm. Was denn? Was denn da so lange? Boah, hast noch Sticks. Oh, nimm doch einfach das Schwert da, was da drin ist. Silverstar, weißt du wie schnell das kaputt geht? Ist egal, nimmst du uns vorsichtig aber mit? Was ist denn hier hinten? Was ist denn hier hinten? In der Kiste. Goal. Ich hab nicht so wie das der Ozon. Na, schnell das scheiße teuer. Hä? Das ist doch unendlich viel zu teuer. Ja, precis. Ich hab den nächsten verballert. Geh schon mal runter. Locker ne Spinne mit einem One-Hit, ey. Mhm. Oh, die kleinen Spinne sind richtig nervig, die siehst du. Oh, boah, ich hätte die fast geschlagen. Bin an die vorbeigeschwungen. Ups. Dirk, warte um mich. Dirk, 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 Dirk. Boah, die Spinnen, ne. Boah, da geht's. Ah, warte mal. Was ist das hier? Confusion, das muss ich noch alles rausreißen noch. Irgendwie. Ja. Bist du schon unten, oder was? Ja? Ja, wohin. Haha, Creeper. One-Hit, ey. One-Hit-Creeper-Opfer. Äh. Ja. Ich muss da eben gieren. Warum musst du gieren? Die Pisten. Ja. Wenn die schon hier sind, kann ich sie mitnehmen. Digger Sack. Nee. Da ist ein Spinne-Reiter auf dem Mini-Spinne. Ja, das hatte ich letztens auch gesehen. Der war nur tödlich für mich. Riesen. Oh. Die eine Spinne springt mich an. Oh, du sie. Oh, Alter, mein Essen, ne? Oh, ey, die Fisch. Das ist schwer, damit zu treffen, ne? Woher kommt die? Von irgendwo oben? Nee, da unten noch ein Boden. Yolo, wie viel Leben verlierst du? Ja, ne? Oh. What the fuck? Komm alle von da oben. Hallo. Hast du Blöcke zum Bauen? Ja, ein paar. Kommst du da dran? Normal müsste es ja mit Jampoos dran kommen. Einfach zu fahren. Einfachste. Ja, keine Blöcke mehr. Egal, komm lass weiter. Yolo. Wow. Ja, genau mitten rein. Hab dich getroffen, ne? Nee, nee, nee. Kannst du. Alles gut. So, wo soll das jetzt sein? Ähm. Wo bin ich? Yolo. Warte mal. Ich werd jetzt machen. Tschüss. Machst du. Dank, Bullen. Irgendeine Richtung war das. Boah, die ziehen ja kaum was ab. Bin? Ja, ein Ding, oder was? Och komm. Das war falsch. Wow. 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 Was denn? Wow, ich bin vielleicht tot, wenn ich nicht aufpasste. Ja, dann versteck dich erst. Ja. Alter, was boxen. Weil diese kleinen Spinnen, die kommen ja überall durch. Diese Fotzen. Ach zum, ich verpiss dich doch ganz ernsthaft. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Fackelt's doch jetzt grad nicht alles ab hier, oder was? War ich nicht. War ich echt nicht. Oh, ich muss Testosteron nachwerfen. Guck mal an, nicht, dass du auch Testosteron nachwerfen musst. Was soll das denn genau sein? Einfach hier unter Langbuddeln irgendwo. Der was kann? Irgendwo unten unter Langbuddeln? Ich hab's. Ja? Ja. Was ist drin gewesen? Ein Stückchen daneben. Findest du das? Ich sehe dich sowieso nicht auf der Karte. Hallo? Was hinten bist du? Siehst du meinen Namen? Nein, ich seh gar nichts, weil das voll am speeden ist. Ich seh dich nicht. Du bist klar. Hilfe über mir. So. Geradeaus weiter. Nee, du fernst weit. Ja, du musst mir sagen, wo ich hinten muss. Bist du nach Norden? Ja, nein, freu mich aber. Guck doch auf die Karte. Bist du Norden, Westen? Hallo? Siehst du meinen Namen, oder nicht? Nein, ich seh deinen Namen nicht. Ich hab das aus... Da. Irgendwo hier. Sind. Da. Oh, Junge. Oh, fuck er nicht hin. Okay. What the fuck? Jolo? Geil. Ja, ne? Dann reiß' ab. Dann reiß' ab. Das sind crafting CPUs, die reiß' ich auch mit ab. Das sind crafting CPUs, die reiß' ich auch mit ab. Das sind crafting CPUs, die reiß' ich auch mit ab. Ja, klar. Haben wir das welche. Na, die brauchen wir nicht. Na, die crafting CPUs. Hm? Dabei die crafting CPUs, diese komischen andere Steine brauchen wir da nicht. Das sind Chisel Blocks. Aber das Vibrant Glas können wir eigentlich... Ich hebe das aus dem Boden mit. Ist ja noch genug in den Wänden. Haben wir noch Kabel? Kabel, 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 Kabel. Geh auch gleich mit. So, ich hab' schon das richtige mit abgekommen. Na, ich muss wieder beides saufen. Oh, das Ketten haben wir schon, ne? Ja, das Ketten haben wir zwei Stück. Ja, ich mein' leere. Ne. Oh. Oh. Doch, haben wir jetzt, hab' ich gesagt. Oh. Alter. Nicht alle abreißen. Hast du dein Bag mitgenommen? Ich hab' doch kein Wolfgang Bag mehr. Ich schmeiß' ihn immer wieder rein. Jajaja. WTF? Warum sind das so viele? Da liegt nur eine. Kann auch nix mehr aussammeln davon jetzt. Hm. Hm. Obwohl, geh' mal weg da. Ich könnte noch. Ich kann ihn die ganzen Blöcke verbauen. Ich brauch' mal n' Was denn? Das, was ich grad nicht, ach, nicht mehr brauch' Das Blöcken und den ganzen Müll, was ich dabei hab' Ja. Schmeiß' ihn. Ey, weg da! Was denn? Kannst du von mir sowieso nix mehr? Ich bin ein B. Soll nicht rum. Ich nehm' noch eine CPU mit Defektiv. Ja. Eine hab' ich noch mitgenommen. Ähm. Ich hab' schon vier Stück dabei. Ähm. Soll ich mal... Es ist ja egal, ob du jetzt vier mit hast oder fünf Milliarden. Ähm. Eine Kiste hier unten aufstellen? Oder sollen wir alles mitnehmen? Versuchen. Also... Nein, kann ich noch mitnehmen. Sind ja direkt die Festplatten mit drinnen bei dir? Nein, ne? Dankeschön. Voll nicht rum. Kann ich noch welche aufnehmen? Ne, ich kann keine mehr. Ich bin voll. Ich kann auch nix wegwerfen, doch die Pfeil und Knochen kann ich wegwerfen. Die schmeiß ich mal hinten hin. So. Ne, hier sind noch vier Festplatten. Die kann ich aber definitiv nicht mitnehmen. Weil die Spinnfäden sind mir doch wichtiger. Dann kann ich noch Sachen herstellen. Ha? Ich kann nix mehr mitnehmen. Spinnfäden sind ja wichtiger? Ja. Hier. So. Hast du noch, äh, Junglewood? Schmeiß mir das auch zu. Schicke. Ja, ich bin auch voll. Hatte noch nen Stack bei. Obwohl ich den, warte mal, ich schmeiß mal den Hopper weg. Komm. Den Hopper brauche ich nicht so. So. Ich bin voll. Hast du aufgesammelt die Diskette grad? Ja. Ich bin wirklich komplett voll. Total. Hat er die ganzen Crafting CPUs mitgenommen? Ja. Sollen wir nochmal hier gleich hoch? Ja klar, wir hauen gleich sofort hier ab. Ich geh schon mal. Ähm. Sollen wir alles saufen? Ich muss definitiv was neues herstellen. Ich hab... Yolo, die Spinnen machen mir so viel krassen Schaden, ne? Mhm. Ja. 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 Ja.